So, da seh' ich keinen. Irgendwo sitzt sie bestimmt. Äh, da wird einer bei uns rum hier hinten. Eine Handgranate werfen. Da seh' ich auch keinen. Da seh' ich nur Rauch. Wo sind die denn jetzt alle? Hier bei uns hinten. Da hinten? Scheiße. Soll ich auch aufnehmen? Ja. Iiii. Was? Wieso I? Ja, sowieso. Boah. Das war knapp. Hätt' er mich fast gehabt. Ich bin tot. Ich bin schon drin. Ja, jetzt bin ich auch drin. Ach so, das ist einer von meinen Jungs. Oh, verdammt. Wieder so'n Sniper. Oder? SVD? Ist das nicht ein Sniper? Weiß ich nicht. Ich kenn' mich einfach mit den Waffen nicht so gut aus. Da hab' ich ihn erwischt. Schwinge da hoch. Hab' ich Dich. Scheiße. Habe ich dich. Ah nein, der kam tatsächlich um die Ecke verflucht. Hätte ja klappen können, mein Gott. Habe ich wieder ein paar Tickets von denen geraubt. Habe ich dich. Ah, da war noch einer. Wir müssen sie töten, killen, ermorden, wegmachen. Oh, der hat schon Prestige 1, wenn ich das richtig sehe. Ja, so war. Wir sind in dieser Scheinzug. Im Zug drin, ja, ich bin ganz weit hinten wieder. Moment mal. Ah, habe ich dich zuerst. Oh, da kommt noch mehr. Scheiße. Noch eine Handgranate. Ja, da war auch mal eine. Oh. Der hat mich Gott sei Dank nicht gesehen. Oh, oh, sie kommen. Sie kommen. Oh, Mama. Oh, Hilfe. Ich trau mich nicht weiter. Wo seid ihr? Oh, mein Gott. Volltreppe. Ach, das ist einer von unseren Jungs. Oh, mein Gott. Ah. Es hat mich erwischt. So, jetzt von hinten rum. Von hinten rum. Habe ich dich. Ich sehe nichts. Wo sind sie? Oh, mein Gott. Oh, da ist noch einer. Nein. Verdammt. Ich habe gar nicht gesehen, dass er ein Gegner war. Gehen wir mal hier rum lieber. Lieber ein bisschen seitlich bleiben. Und guckt doch immer die Grafik. Ich finde die Klasse. Okay, das ist unser Team. Okay. Gehen wir mal hier rum. Oh. Laden wir mal die RPG nach. Ich liebe es. Die Häuser, die, wenn die einstürzen und so. Die, die ganzen Wände sind weg. Das ist echt geil gemacht. Oh. Ist egal. Ist egal. Bin ich halt gestorben. Mein Gott. Aber die Waffe gefällt mir nicht so gut. Ich nehme wieder die andere. Nämlich mal PP2000. Die gefällt mir ganz gut. Oh. Das war wohl nichts. Ach. Gute Killcam. Da sieht man sofort den Gegner, der einen getötet hat. Ja. Vielen Dank.